Wir haben nämlich, wir haben nämlich letztes, äh, letzte Epoche, nämlich letztes Jahr und wir ein Album gemacht, das heißt wie? Wir haben ja mal sowas von nuschig in die Augen. Das ist ja mal ganz ernsthaft. Das ist ja was in mir. Guck mal, einer, einer kämpft und schwitzt und zu begeistern und zu bewegt. Wie heißt das Album? Oh mein Gott! Okay, okay, was werden wir gleich haben? Oh mein Gott!